Blühblühblühblühblühblühbelühblühblühblühblühpinnis Tchchchchchchchchch Ah Ein Hokage Wir können Den Golddrop aufwerten Hm Wir werten den Golddrop mal auf Jetzt kriegen wir Zehn Jetzt kriegen wir 110 Plus Könnte Ist das Ist das richtig oder Bin ich nur behindert Also das bin ich sowieso aber Naja. Der ist neersighted. Das ist ja geil. Ja, wir kriegen 110 beziehungsweise 11. Ist ja schon mal ein bisschen mehr, wenigstens. Also, naja. Muss man dann halt schauen. Wir sind wieder ein Hokage. Das gefällt mir theoretisch ganz gut, wenn ich mich nicht allzu blöd anstellen würde. Irgendwie bin ich besser geworden in dem Spiel. Ich habe nicht geübt. Ich habe es nur länger nicht gespielt. Das ist vielleicht das Geheimnis. Ähm. Okay. Ja. Ist doch gut jetzt. Meine Fresse. So. Gold. For me. Zack. Äh. Das ist da oben, wo ich mir jetzt mal nicht... Ja. Halalalalalalalala. Halala. Halalala. Ach. Damit da brauchen wir einen doppelten Doppelsprung. Und ich bin gestorben. By the way. Einen doppelten Doppelsprung. Einen doppel... 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 Beatbox. Oh, ist ein meiner. Den können wir nehmen. 417. Ja, ist alles ein bisschen teuer. Was können wir denn machen? Gar nichts. Geil. Was hat der... Das war das schon... Nam 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 nam. Mh... Mh-mh-mh-mh-mh. Downstrikes. Ne, brauchen wir nicht. Wir können, glaube ich, gerade... Gar nichts machen. Was equippe ich denn mal? Mh... Square Helm. Na ja, gut. Da fällt einem die Entscheidung nicht schwer. Äh... Ist egal. Wir gucken erstmal, wie sich das so... Entwickelt. Wir können jetzt gerade eh nichts machen. Mit unserem Geld. Aber mit dem Miner sollten wir theoretisch... Nochmal einen Goldbonus bekommen. Werden wir vielleicht eventuell gleich sehen. Fuck. Ähm... Ja, da kriegen wir schon... Plus... 40 Bonus. Das heißt, der Miner einen 30%igen Goldbonus. Plus den 10%, dann haben wir schon... 40. Ja, so easy. Na komm, schieß. Das ist... Woop, woop, woop. Take no damage. Take no damage. Heilig. Was ist da los, alter? Äh... Moment. Ah, fuck. Wir haben kein Mana mehr. Na komm. Was ist denn so... Was ist denn so was hier, ey? Mann. Aua. Aua, 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 aua. Ich will hier raus. Ich muss hier raus. Alter, was ist denn in diesem Raum los? Alter, was ist denn in diesem Raum los? Äh... So, Gold. Und noch mehr Gold. Alles meins. Ja, das merkt man jetzt in... Äh... 40%igen Goldbonus, ne? Nein! Ah! Ich bin fast tot! Wow, wow. Ich laufe noch hin. Okay. So. Haben wir den. Auch wenn es Risiko reich war. Und wir gestorben sind. Aber ist egal. Wir können doch auch irgendwie die... Die Headlampe einschalten. Irgendwie ging das doch. So, Miner. Wir nehmen noch einen Miner. Sir Hornsby the Third. Huh. Äh, Moment. Hm. Fail. Äh, b-b-b-bada. Hm. Hm, 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 hm. Goldstein. 3610. Hm, hm, hm. 870. Das ist ja toll. 860. 860. Verdammt. 790 Equip up. 795 Armor up. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. 39 Schaden. Aber der macht keine Crits, glaube ich. Oder so. Ähm, ja, ein bisschen schade, aber, na gut. Aber er hat einen 41%igen Gold-Bonus und das ist geil. Huh. So. Fresse. Kritiker. Doch, er hat Kritiker, äh, Krit-Chance. Krit-Chance könnten wir auch mal hochdrehen. Bisschen. Stupid. Ghosts. Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider. Äh, die viele... Äh, äh, Emis. Okay. Das funktioniert nicht. Aber wenigstens war die Illusion da. Zack. Stupid Ghosts. Ghosts. Bastards. Oh, ein Night Cape. Geil. Für Blueprints bin ich immer zu haben. Achso, hier kommt man ja nicht alle, alle die Fieden. Aber hier können wir weitergehen, nach hier drüben. Mal gucken, ob wir da auch noch was... Wow. Das wollte ich gar nicht. Wow, that game is too fast for me. Oh. 140 Gold. Hier auch noch ein bisschen, hier auch noch ein bisschen. Ja, jetzt haben wir schon wieder 828. Bringt uns aber nichts. Wir bräuchten so... Was um die 1000. 1200. 5000. So. Double Kill. Zack. Da war nichts drin. Verdammt. So, da brauche ich eigentlich mit meiner gar nicht reingehen in den Bossraum. Obwohl es natürlich für den Goldloot sehr geil wäre. Aber, äh, nein. Aber, nein. Das kriege ich eigentlich... Äh, 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 äh. Einfach vom Schaden her nicht gedingst. Verstehst du? Ah, hier kommt man von unten an den Bossraum, okay? So. So. Dü, 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 dü. So, da haben wir doch mal 1200. Was stehst du? Das ging jetzt schnell mit dem Goldbonus irgendwie. Irgendwie, ehe man sich den erarbeitet hat. Also das ging jetzt doch relativ fix. Und so kann man auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen. So, gehen wir in das Gebiet da drüben? Naja, wir müssen nicht, wir können aber. So. Ah, scheiß Slimes. Ah, es gibt uns ja auch alles HP. Okay, und die haben auch relativ wenig Leben. Oh, ich... I'm feeling free... gestorben. Alter. Ich komme nicht auf meine Sprache gerade klar, Jung. Jung. Musst du mit Deutsch lernen, Jung. Schau los. So, ne. Äh, damit schon. Äh. Pff. Pff. Nehmen wir den. Oh, pff. 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 3.300. Wir könnten... Hm. 23, 25%. Plus 5%. Oder Heals. Oder... Naja, komm, wir machen einen Attack-Up. Okay, wir machen wir... Wie sieht das mit dem Kritiker aus? Ah, der hat eine erhöhte kritische Chance, glaube ich. Na gut. Mit so einer jemanden mit einer erhöhten kritischen Chance, wenn man dann mit kritischen Treffern noch ganz gut Schaden macht, ist es eigentlich auch relativ easy, ein Boss zu schaffen. So in der Theorie. Okay, nochmal. Und jetzt können wir alles looten. Jetzt haben wir natürlich noch 10% ein Gold-Bonus. Aber naja, mal gucken, was bei Rauben kommt. Äh, rauskommt. Rauben kommt. You know what I mean. Alter, bin ich gerade so schlecht oder tue ich nur so? Ja, spammt mir halt alles hinterher. What the... What the fuck? Ja, komm. Ich bin gestorben. Ich weiß es. Nee. Ich glaube, ich mache nochmal einen Affenapplaus. Hier riecht es irgendwie merkwürdig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Roadstick. Ist ne, haut rein, macht's gut. Und bis dann. Tschüss.